Willkommen zurück zu Firefall. So wie es aussieht sind wir woanders wieder gespawnt als da wo wir uns ausgelockt haben. Das ist irgend so ein Raum wo wohl die Neueinlogger spawnen. Hier kann man gleich mal seine Klasse ändern wenn man will. Hier kann man seine Rüstung sehen. Was ist denn da los? Also seine Rüstung und Fähigkeiten wenn ich welche hätte. Da sieht man mein Christit. Was das auch immer bedeuten soll. Wird eine Währung sein denke ich mal. Perks. Habe ich die wohl aber keine Ahnung wie man die benutzt. Okay da kann ich was rein machen. Das geht nicht. Das geht auch nicht. Dann muss ich das runterziehen. Das geht nicht. Das auch nicht. Das geht. Fünf. Ah. Kleiner Tiger. Gut. Wo sind wir gestern geblieben? Was ist das? Spielautomat. Warte auf Münzen. Goldene Münzen kaufen. Nun. White Bean Shop. Ach. In Gameshop. Brauch ich nicht. Das ist Marktplatz. Okay. Waffenmodule. Fähigkeitenmodule. Verbrauchsgegenstände. Unverarbeitete Metalle. 379.000 Euro. Da brauche ich ein so ein Ding wo ich nicht habe. Der ist auch Marktplatz. Also gehen wir mal darüber. Da müssen wir hier hin. Das ist. Ein Christi. Ich habe glaube ich zehn hier. Zehn. Nehmen. Neu Auftrag. Ah. Kräftigen. Was kann ich denn herstellen? Kann ich nicht. 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 2.500 Silbernehm Spielmünze auch nicht auch nicht auch nicht ich hab gar nichts rein Beredelung keine Ahnung Forschung Ah, kann ich neue Waffen freischalten oder wie? Egal ALSO DARÜBER des Dinges es geht immer zu kurz wo ist denn mein Fuchs oder was es sein soll hm ist zu langsam ups da hoch HALDE LEER Denk daran Sinn erlaubt oder eins erste und dritte Person an sich hin Ok, ich war jetzt mittlere Maustaste aber das ist doch kein gescheites Spiel ich mach so oder? hm hm wo muss ich jetzt hin? ach falsche Richtung hm 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 uuuh ups so da hin da hoch was laberti was laberti größere Höhen und weitere Distanzen erfördern einen längeren Düsenschuh denkt daran gerade noch oben aufgestiegen verbraucht weniger Energie als sich noch nach vorne und gleichzeitig nach oben zu bewegen HALDE 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 diese Scheiße so hoch zum Schwätzle Aho Rennmau ups ich kann bloß auch rennen ich kann mich noch daran erinnern als wir kurz davor standen alle Aranha auf der Erde auszurotten dass wir da tauchen gingen nach diesem Tag nach dem M-Tag sind wir wieder tauchen gegangen du hast den Aranha-Stamm Schwarm gefunden scan die Viecher mit einem Sinn um sie auf deiner Blickfeldanzeige hervorzuheben und wie mach ich das? ohi ohi die können auch wenn die hochklattere Sinn 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 wo 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 da level 2 ja so bogisch Prozent n 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 Ich will jetzt entrücken. Gehen wir da hoch? Äh, ist zu hoch. Gehen wir da hoch. Yeah. Ach egal, leg mich. Aranha-Schwarm. Belohnung, Schnellfeuer, PC, 122, 38, Christit. Erfahrungspunkt, die 8000, Aranha hast getötet, 10. Okay. Keine mehr da. Äh, falsch. Darüber. Ja. Du Verfolger! Stalker! Was ist denn das? Hol dir deine Flügel und hau ab! Fliege! Kommt doch noch mehr, oder was denn? Das sind die Geräusche hier. Kleine Ahnung. Wow! Cool. Also das ist cool. Ich hoffe, das kostet nichts. Und wohin jetzt? Schau da durch. Darüber. Ach, da gibt's noch mal so, Flügel. Ich bin der Vogelmann. Schau dir die Erfrauchleid an, Chef. Allein der Gedanke, wir waren so nah dran, in einem goldesten West-Zeit, unter technologischer Fortschriften einzutreten. Und dann kam der Absturz. Ah, du bist hau abgestürzt. Und nun, wieder durch. Naja, zumindest bist du wieder am Boden. Und das ohne Knochenbrüche. Das ist sehr gut. Hier ist eine Battlefront-Werkstatt in der Nähe. Ich zeige dir mal das zugehörige Interface, bevor wir mehr Arbeit annehmen. Also scheinbar ist das nur Tutorial. Ah, das kenn ich doch schon. Du hast während des Trainings ein Battlefront-Station gesehen, die Battlefront-Station gesehen. Aber das hier ist eine andere. Oh, schau mal. Ein Waffen-Upgrade. Du kannst Waffen im Einsatz austauschen. Aber wenn wir schon hier sind, warum probierst du nicht mal, die da auf deinen Fräumen zu ziehen? Schnellfeuer, Pistole, Sturmgewirr. Ach, das ist Plasma-Kanone, okay. Ah, gut. So viel mehr bringen die hier. Äh, sowohl. Egal. So. Schlimmerweiß. Fähigkeit. Dieser Gegenstand ist an dich gebunden. Aktiviere den Mann-Nachbrenner für einen kurzzeitigen Geschwindigkeitsboost. Schub. Okay. Chef, da kommt etwas. Hm, das ist seltsam. Sieht aus wie Chosen. Ich halte mal, Hauptmann, einen Bericht ab. Bei mir kommen Berichte rein, dass ein Chosentrop in der Nähe ist. Ich weiß, sie sind noch grün hinter den Ohren, aber sie sind eines der einzigen aktiven Aristips in der Gegend. Sie müssen sie in den Arsch drehen. Seien sie vorsichtig. Diesmal geht's um eingemachte... eingemachte... ...birnen. Ich habe die Position auf ihrem Akkarte markiert. Machen wir sie stolz. Wen? Die Käfer. Oder wen? Darüber... Wie mache ich das so gut? Ui. Da geht die Energie auch schneller weg. Das ist kacke. Ich rennen lieber. Ist das so ein Vogelmann? Ja. Darüber. Haha. Das ist cool. Wow, das wird sich erst immer schneller, wenn wir so... Ja. Juhu. Au. Jajajajajajajajajajaj. Plus zwei kriegst du. Ähm, darüber. Und nun? Vorreck. Eeeh. Wat'n dat? Gekühltes Modul. Eeeh. Eeeh. Sick Christid. Nochmal. Drei. Gekühltes Modul. Eeeh. Gekühltes Modul. Eeeh. Das war falsch. Da. Sieht's gut aus. Und wieder solche... Cyborgs. Eeeh. 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 Bleib stehen! Ich verreck gleich! Ich verreck! Ich verreck! Ich verreck! Raus! 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 Muss da keine Heildränge? Ach, ich krieg auch hier so schon. Was ist denn da? Komm, verreck! Grund- Grand- Solder! Soldier! Schau- so- 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 Ding! Engst er da! Lebt er noch! Da! Also die halten mehr aus als die Käfer! Eindeutig. Neue Waffe? Das hat mir auch selber Schalte gemacht. Gut zu wissen. Springstoffe platzieren, yeah! Das ist doch was. Wo ist der hin? Hm. Und nun? Ah, da ist schon noch einer. Der hat mir mein Leben geklärt. Mops, der Hund. Ist auch noch. Jetzt bin ich tot. Ach, der belebt mich. Gut. Ha du! Du musst mir auch komplett beleben. THX. Wohin jetzt? Wieder raus. Ja. Da ist noch einer. Haha. Da liegt Munition. Und. Und. Da geht's raus. Level 3. Ja schnell. Plus 12.000 XP. Ja. 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 Danke. Ja. 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 Ein Sieger! Wen hast du denn besiegt? Da liegt noch mal so ein Christit rum. Ich tue da hier in der Nähe einer Flieger... Geh mal da rüber... Warum gibt's wieder Munition? Doch, nicht. Doch, doch, doch. Und dann... Oh, bisschen hoch. Komm ich da hoch? Ja. Doch nicht. Geil. Ach komm! Wo hängen jetzt Fischt? Ach, jetzt bin ich hoch. Ah, der Flieger. Botsch. Oha. Und... Ich hoch. Jetzt bin ich durchgerannt. Wohin, wohin, wohin da? Okay, dann fliegen wir mal wieder ne Runde. Bisschen schneller. Jaaaaaa. Looping! Geh nicht. Okay. Und nun? Nun, nun, nun. Da. Das Viehzeug ist bereits am Start. Halte sie von entfernen. Ja, ja. Ich mach ja schon. Ich renne zu schnell. Hey, Chef. Du hast ein Problem. Du solltest deine Fähigkeiten mal vor... beim... beim Vorantreiben ausbilden. Ich hab hier einen... Ach, das ist der Typ. Warte, Ba... was zum... Hört ihr das, verdammte Chosen? Dieser... Phambo hat seine maximale Kapazität erreicht. Phambo ist auf dem Weg. Geh einen Schritt zurück. Du möchtest keine verdammten Phambo als Grabstein, oder? Jaaaa... So, wär doch auch schlecht. Komm doch gar nichts. Das ist der. Bestimmt. Oh man! Vliesbandgemetzel. 5 von 100. Da liegt überall Kohle rum. Das Ding schießt bisher auch wieder am Arsch. Sooo, alles weg, alles weg. Komm, hau ab. Gut. Das ist wieder was. Was war das? Nichts. Da liegt noch ein bisschen Leben, aber das brauche ich nicht. Also, yeah. Hallo. Ähm, drüben. Doch nicht. Wo liegt da was? Äh, wo sind die Viecher, meinte ich. Da. Da auch wieder. Und... Da. Das Ding muss weg. Das Ding muss weg. Und... Das gehört mir. Fomberhilfe abgeschlossen. Und... Drücke zum... Ansehen N. Hey, du... Du... Witz. Korrekt. Also N. Anzeigen. 40 Gegner. Basis Solo Fomber. Befohlen. Ein bis zwei Spieler. 250 Kapazität. Scannhammer. Eis und Erz. Ich glaube, die Josen sind mit Copacabanda noch nicht ganz fertig. Ich werde mich fest bezüglich von ihm ausmelden. Sie hatten also auch schon noch mehr Ärger mit den Josen? Wir haben den vermutlichen Angriff verhindert. Ich gehe jetzt mit meinem Team dahin, um die Sache zu beenden. Ich schicke den Wegpunkt... Ach. Schon wieder die da. Ich schicke den Wegpunkt an deinen Sinn. Ja, ja. Komm. Komm. Wutz. Du alte. Hässliche. Also gehen wir doch rüber. Machen wir das nur platt. Ei, 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 ei. Explodiert das Ding einfach. Und... Was ist? Ich hoffe... Da legt man so Kohle rum. Spezialkohle. Und ich muss jetzt... Keine Ahnung. Gehen wir mal da rüber. Weg zum Pilzfelsen. Da ist grad Mooses gelendet. Und... Er wollte nicht das Wasser-Teil hin. Er ist da rüber geflogen. Hehehe. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Muss man das platt machen? Ich glaube schon. Und voll in die Fresse. ELECTOLE. Die können hier. Und was liegt da noch? Ähm. Eingefundene Technologie-Dings da. Nein, da nicht. Da muss ich rum. Mehr Landungskapseln. Mach dich bereit. Uiuiuiui. Die kommt voll auf mich. Oder? Komm, 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 komm. Ja. Hehehe. Volltreffer. Jetzt bin ich tot. Ich will gucken, wo man landet, wenn man abkratzt ist. Ach, wieder da. Okay. Keine Play. Das ist gut. Das ist die Werkstatt. Kann mal eine Waffe wechseln. DPS ist runter gegangen. Schaden pro Schuss hoch. Schießt langsamer. Gegenstands Level 4. Hm. Hauptsache grün. Hat es mehr Munition? Nö. Egal. Machen wir trotzdem. Battlefront-Kern. Ähm. Ist das das Ding, wo Düse Antrieb hat? Waffenmodule. Wo mache ich Waffenmodule rein? Da geht nichts. Ein Drittel. Ungebrochen. Okay. Ähm. Nachdem Module in einen Gegenstand angesetzt wurden, ist es nicht leicht, sie wieder zu entfernen. Was macht das? Mehr Schaden. Schneller Feuern. Okay. Zurück. Also, das war... Falsche Waffe, oder? Ich hab's Gefühl. Hehe. Naja. Reduziert hier ab. Klingzeit. Für was? Fähigkeitenmodul. Nachbrenner. Nachbrenner. Vernehmen. Zurück. Okay. Also gehen wir wieder... Ohhhh. Nachbrenner. Da rüber. Da rüber. Da drüben ist das Flugding's Bums. Und... Jicha. So, bisschen Segelflug. Training. Unter der Brücke durch. Uuuuuh. Uuuuuh. Ich dachte nicht, dass ich so tief muss. Ja komm, flieg schneller. Wenn jetzt aber so weit runtergehen, dann lande ich gleich. Wie wir weiterfliegen. Uuuuuh. Uuuuuh. Er ist pinklandet. Dann laufen wir halt wie hier. Du Scheiß Ding Zeug. Kohle einsammeln. Da war doch noch mehr eins. Wo ist das jetzt? Keine Ahnung. Uuuuuh. Uuuuuh. Da ist wieder so ein großes Ding. Tot. Hier. Ach. Munition hat nicht. Uuuuund. Wo? Da war doch noch mehr eins. Egal. Wo muss ich jetzt hin? Da ist da ne Höhle. Ne hohle Höhle. Ne hohle Höhle. Ne hohle Höhle. Waffe wechseln. Und schön da rüber laufen. Dort ne Ewigkeit. Aber was solls. Was gibt's da drüben? Keine Ahnung. Egal. Ich muss da rüber. Ach. Wieder hochhüpfen. Wieder hüpfen. Egal. 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 Das Ding könnte auch echt lang. Länger gehen. Ach man. Egal. 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 Noch mehr Feinde. Machen Sie den Weg frei. Hauptmann Fuller? Hauptmann Fuller, melden Sie sich. Was ist Ihre Lüge? Hauptmann Fuller, antworten Sie. Du musst dich beeilen. Ah, ich lauf ja schon. Die Wege sind so ewig lang. Oh man, oh man, oh man, oh man, oh man, was ist das? Ach, da kann ich wieder hupfen. Okay, Action geht weiter. Da kommt wieder so ein Schurke. Nur weiter da. Fuller ist hier durchgekommen und scharf die Chosen aus dem Weg. Damit wir ihn finden können. Okay. Kommando, meine Truppe ist außer Gefecht. Ich versuche die Chosen so lange aufzuhalten, wie ich kann. Schicken Sie alles oder auch nichts. Hauptmann Fuller, sind Sie... Verdammt, ich kriege kein Signal von Fuller Sportcomputer. Du musst Fuller sofort erreichen. Hau ab, hau ab. Komm, vorrück, vorrück, vorrück. Das sind wieder die zwei Dinger, Fuzzis. Jetzt sind nicht mehr. War das schon alles? Hui. Der hat wieder Munition dabei. Mit Kohle dabei. Äh, zwei Dingens da. Da stehen drei Fuzzis. Komm, hau ab. Kann man da keinen Abkampfangriff machen? Scheinbar nicht. Wieder Kohle einzeln. Ei, 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 ei. Komm, fu. Hört, der legt sich schon auf der Boden, bevor er motroffen hat. Ja, du, du, Sack. Du, Sack, Sack. Kommst doch her hoch, ha? Kommst hoch? Haha. Triffst mich nicht. Triffst mich nicht. Ich dachte, ich habe gerade eine schnelle Waffe runtergefallen. Was gibt es hier unten? Ach. Noch mal solche... Heu. Hau ab. Das ist alles rot, ja. Nein, da muss ich nicht hin. Da hoch. Da ist doch eine Scheibe. Mach auf. Scheibe durch. Nein. Ah, doch. Hm. Ach, die Scheibe ist nur auf einer Seite. Okay. Und nun? Wohin? Ach, da hoch. Achtung noch. Äh. Arüber. Dann nach oben. Nein. Grad so. Da hoch. Da ist irgendein komisches Lagerzelt. Deich Brandt 2014. Deich Brandt 2014. Oder auch nicht. Erfolg freigeschaltet. Was habe ich gefunden? Was habe ich gemacht? Sherlock. Finde alle geheimen Orte von Interesse in Neu Eden. Hm. So besonderlos ist das Ding ja auch wieder nicht. Das Ding sieht aus wie ein Wohnwagen. Das ist wie erzählt. Da hätten sie bestimmt ihre Marihuana Pflanze erbaut. So bekifft wie die hier sind. Ja, komm. Was soll ich machen? Bei den Anlabner. Gott, ey. Weg. Schon jetzt dort? Nö. Heiheihei. Das bin in die Luftflöger. Kann ich jetzt mit dem Macher? Ehh. Piss dich. Wo piss dich? Du hässliches... Heiheihei. Du kriegst mich nicht. Du kriegst mich nicht. Oh shit. Was bin das? Holy. Muss ich die kaputt machen? Überhaupt. Schutzschild. Dann muss ich wohl die... Alter. Schreck mich nicht. Ja, komm her. Komm her. Komm her, du. Ja, jetzt sind nur Kopfbomben. Bomm. Komm. Waffe wechseln und... Kopfschuss und der ist macht nix. Jetzt wieder die Dinger schrotten. Die anderen sind da. Okay. Ach, komm. Das gibt's doch nicht. Komm, nur bissel. Nur bissel. Ein Prozent nur. Ja, Level 4. Ich habe eine Waffe. Und während der Schrie. Wir machen nur unseren Job. Wir sind hier, um die Menschheit im Leben zu halten. Richtig, danke. Gehen Sie rückwohnen, verschwinden Sie von hier. Ich kümmere mich um die Aufräumarbeiten. Hier in der Nähe ist ein Kleiderfeld. Das ist der schnellste Weg zurück nach Copan. Eh. Was kann ich da machen, eh? Nix. Eh, 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 eh. Ach, du Depp, leck mich doch. Lack mich doch. In Anzeigen 18.000 Erfahrungen und öse 60 größtet bis 2,5.000 Dautes neuweilen. Hm. Also das Ding ist hoch. Da kann man weit fliegen. Ich habe gehört, dass ich das Rekord gerade auf einen großen Gehschlag gegen das Melding in Teufelszahn vorbereitet. Hoffentlich wirst du für diesen Einsatz zugelassen. Lass mich dir in der Zwischenzeit das Ares-Job-Portal zeigen, damit wir an Arbeit kommen. Hier, ich gebe dir einen Wegpunkt. Wieso ist das nicht mehr auch noch da? Ähm. Oh, 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 die Karte ist auch mal geil. 3D. Ho, oh, oh. Ist... Wie geil. Die ist richtig in 3D-Ansicht gemacht. Da habe ich Copa. Da habe ich Chob-Portal. Landungsschiff. Das ist hier. Das soll das, was Anzeige tut, sauer wird. Und hier ist das andere Dingens. Famburg-Landestelle. Ich gehe nach Copa. Copa. Dings da. Also, wohin, darüber. Und wieder fliegen. Kann ich da auch einen Turba machen? Oh, nein. Bis hier nach unten. Jihah. 300.000 kmh. Und nach oben. Und... Wir fallen. Boing. Immer wenn du Arbeit brauchst, suche einfach ein ARES-Job-Portal auf, für das du zugelassen bist. Das Erkort analysiert. Kontinuierlich deine Leistungen, wenn sie das Gefühl haben, dass du genügend Erfahrung gesammelt hast, um es mit schwierigeren Regeln aufzunehmen. Erweitern sie deine Fähigkeiten an die Arbeit, das Erkort brauchte ich, die Menschheit brauchte ich. Und du brauchst mich bestimmt nicht. Verbinde dich mit irgendeinem verfügbaren Terminal auf und suche dir einen Auftrag aus. Ja, aber wir haben noch das Ding da drüben. Das ist wieder so eine Werkstatt. Ach, hab nichts Neues. Das Ding haben die zwei Dinger drinnen. Aber das ist ja wirklich das Ding besser. Nö, Schaden pro Schuss ist höher, aber... Ach, egal. Egal. Ach, das ist das Ding da drüben. Wo ist jetzt das Flügel-Dings da wieder? Da oben, ja. Dann düst mal nochmal zu dem gelben Ding rüber. Vielleicht vor... Hey, nein. Geh da hoch. Gut. Vielleicht geh das Ding dann auch endlich mal weg. Da. Oh, oh. Nicht da landen. So. Ach, da ist noch Neues. Öööö, Scheiße. Okay, das war auch nichts. Na ja, gehen wir halt hoch. So. Hi-ho. Was ist denn das? Ach. Kacke. Und landen. Andere Waffe. So. Du verrückst jetzt, du Arschgesicht. Und ihr... Ich schießt das Ding ab. Ach. Keine Munition mehr. Komm her. Komm her. Komm her. Du. Auch. Woher kommt das Ding? Schwarzer Geschützturm. Ohl. Größer. Das ist von dem Typ. Was ist denn der vor Klasse? Will auch so ein Geschützturm. Beta-Vorhut. Beta-Vorhaut. Was muss ich jetzt machen? Warten bis das Ding da kommt, oder? Ja, schau. Äh. Rennläufer drückt mich durch, die Sau. Zustand 75%. Kapazität 67, 68, 69, 70. Ich bleib jetzt einfach hier und warte bis es voll ist. Vielleicht verschwindet das Ding hier dann. Da ist wieder so ein blauer, komischer Dingensbums. So, Rick. Du auch. Oh je. Oh. Da sind noch schon mehrere. Ha. Voll. Gleich. Sind da noch welche da hinten? Das Ding ist immer noch dran. Ist es auch weg? Hm. Boom. Hast es gemacht. Ach, ihr könnt mich mal. Wenn ihr es nicht weg will, dann soll es halt abwilden. Komm. Wegbomben. Wegbomben. Und wegisch. Datenwurm. Ja komm. Triff. Du auch. Unfall. LBF. Was macht denn das Ding da? Ja komm. Hau it ab. Nervige Dinger da. Zwei Minuten nur. Oh man. Da ist nix. Zum Abbeilung. Da. Ja. Ich bomb euch alle weg. Ihr brain bugs. Was ist denn da los? Ach. Sind hier nur so Typen. Wo stehen denn der? Ach. Ich will auch da drauf. Ich will auch. Wo ist das Ding jetzt hin? Ich seh nix. Wie lang braucht es noch? Oh, eine Minute. Ja. Weg. Da hinten ist noch was. Hm. Ja. Dich mach ich auch platt. Du komisches Viech. Ja komm. So. Kohle einsammeln. Ist auch weg. So. Wieder Kohle einsammeln. Da drüben. Äh. Ja komm lad nach. Und dann kommt es noch siebe Sekunde. Noch irgendwo so ein Viech. Wunder. Eien. 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 Ein Gratart der Scheidung zu erviech. Hey. Ich verzieh mich. Datenwurm erfolgreich, 5 Grater, Tod von oben, der Stürmer springt in die Luft, fällt auf seine Ziele herab und schlägt auf den Boden auf. Rückkalibrator, Erstellungskomponente, die in verschiedene Fähigkeiten, Designs zur Anwendung kommen, Kohle herankriegt. Und wo muss ich hin? Da rüber. Achso, zum... Was ist los? Da... Ach, hei, 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 rennt es um mich rum in der ganze Zeit und ich seh'sit. Also muss ich jetzt da rüber. Da oben schlägt auch das Dings da, das Flugdings da. Oh Mann! Geh doch hoch! Weiter... Und wo ist das Ding jetzt? Keine Ahnung. Da vorne. Ja, flieg hoch und nicht nach vorne. Da laufen kann ich auch so. Nein, das reicht nicht. So, gut. Und da rüber. Und fliegen. Und da rüber. Und jetzt krach ich gleich auf den Boden mit zwei. Jihau! Bum! Hehehe, cool. Okay, Freunde, ich glaub, das war jetzt wieder ne halbe Stunde. Ich hab nicht auf die Uhr geschaut. Also... Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Okay, tschüss! Okay, tschüss! Ich bin hier. Ich bin hier.